Model Romy Street hat freudige Nachrichten zu verkünden. Ihr Baby ist auf der Welt. Im vergangenen Mai verkündet die Beauty überglücklich, dass sie schwanger ist. Für die Niederländerin und ihren Verlobten Laurens von Löwen ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Im Dezember 2020 wird das Paar erstmals Eltern einer Tochter. Nun darf sich Mint über eine kleine Schwester freuen. Auf ihrem Instagram-Account gibt Romy am Mittwoch die Geburt ihres Sprösslings bekannt. Der ehemalige Victoria's Secret Angel veröffentlicht eine Reihe an Fotos, die neben ihrem Baby auch ihre kleine Familie zeigen. So ist auf einem der Bilder beispielsweise zu sehen, wie Mint ihrem Geschwisterchen einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Auch den Namen der Kleinen verrät die 27-Jährige in ihrem Post. Am 11. November 2022 erblickt June von Löwen das Licht der Welt. Den Aufnahmen zu urteilen genießen Romy, June und Co. nun auch erst einmal die gemeinsame Kennenlernzeit.